Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier Sparate sind mein Befehl zu widersetzen! Oh, weißt euch das einfach, Gell, komm! Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Du bist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militärmalaraktion nur behindert! Es hat mich jeden nur als wettbewerb... Widerstand! Ich habe mich geleckt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich noch vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Und die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich bewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und Sie werden das Saufen in der Zukunft! Und Sie haben das Saufen in der Welt! Und Sie haben das Saufen in der Luft! Vielen Dank.